Finden Sie in Polen Erholung der Natur ein Stück näher. Der Natur ein Stück näher bedeutet sowohl Unterkunft weit entfernt von Großstädten finden, schöne Dorflandschaften als auch leckeres und natürliches Essen. Polnische Küche ist reich an einzigartigen und leckeren Gerichten, die auf natürlichen Zutaten basieren. Auf den ländlichen Bauernhöfen bemühen sich die Besitzer oft, damit Kochen auf Zutaten basiert, die in der nächsten Umgebung zugänglich sind oder auf dem eigenen Bauernhof angebaut werden. Mode auf gesundes und natürliches Essen hat viele Befürworter in Polen, besonders unter den Wirten der Agrotouristik und in kleinen Hotels. Wenn Sie Polen besuchen, können Sie auf viele kulinarische Attraktionen rechnen. Unbedingt probieren Sie das, was das Beste in der polnischen Küche ist. Wenn Sie Aufenthalt bei einem unserer Wirte wählen, der Kochen lernen bietet, können Sie auch nach der besten polnischen Tradition kochen lernen. Das Lieblingsgericht der Polen besuchenden Gästen sind Teigtaschen. Es lohnt sich, viele Teigtaschensorten zu kosten. Russische sind mit Quark und Kartoffeln oder typisch polnische mit Kraut und Pilzen. Im Sommer lassen Sie sich zu Teigtaschen mit frischen Heidel- oder Erdbeeren verführen, die Leckereien der Kinder- und Naschkatzen sind. Dort, wo Kühe, Schafe oder Ziegen gezüchtet werden, lohnt es sich, traditionelle polnische Käse- und Quarksorten zu kosten. Der berühmteste ist der Räucherkäse aus Zypek, aus Schafmilch, die in polnischen Bergen produziert wird. Etwas Besonderes sind Produkte, die aus den sauberen polnischen Wäldern stammen. In der Nähe der Wälder kann man in Geschäften oder von örtlichen Sammlern Heidelbeeren, Himbeeren, Brombeeren und Waldpilze kaufen. Und was zum Nachttisch in Polen? Leckerer Kuchen, Käsekuchen und Mohnkuchen. Und dazu hausgemachte Weine und Obstler. Genießen Sie Polen mit Feind in Poland.